Moin ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Outer Worlds. Ich muss gestehen, ich habe das jetzt bestimmt eineinhalb Monate nicht mehr gespielt. Ich wollte das ja so voll hintereinander weg durchbingen und dann kam wieder irgendwas dazwischen. Und ich bin jetzt auch nur wieder dabei, weil mir die Folgen ausgegangen sind. Oh Gott, also wundert euch nicht, wenn der Fuchsi jetzt die nächsten zwei Folgen erstmal wieder ein bisschen doof anstellt. Ich muss mich erstmal wieder eingrooven. Ich erinnere mich aber noch, wir waren hier in diesem Camp. Auf, ich glaube Monarch sind wir aktuell und das waren die, die sich losgelöst haben von diesem ganzen Konzern. Also eigentlich eine ganz sympathische Kiste. Und wir sollten hier hoch mit irgendwem schnacken, was wir auch glaube ich getan haben. Und zwar mit dieser Person hier, mit Haxley. Nicht wahr Haxley? Du, ich freue mich auch, ne? Alles klar. Du, das war's erstmal. Tschüss. Wir sehen uns wieder. So, bevor es weitergeht, lasst uns erstmal noch ein bisschen umgucken. Maus ist glaube ich okay, ich muss mich noch ein bisschen einrufen. Und es ist, es fühlt sich schnell an, aber kriegen wir schon hin. Hi, warte mal. Ich hab mal runtergestellt auf 1400 DPI. Das sollte besser gehen. Hier sind noch normale Mitaborder, sonst gehen wir kurz mal doch rein. Oh, da ist ja einer. Tucker, hi. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you stranger? Fuchs? Ich bin Captain Nia. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the iconoclasts? Help us free this world? Klingt erstmal vernünftig. Tucker, bist du Agnes, kleiner Junge aus Stella Bay? Ich bin nicht ein kleiner Junge. Ich bin nicht einer seit Jahrzehnten. Nichts egal, was meine Mutter wünscht. Ich nehme es, sie ist immer noch für mich. Ich hoffe, sie würde meine Entscheidung akzeptieren. Sie hat es so aussehen lassen, als wärst du in Gefahr. Hat mich gebeten, dich zu retten. Sie hat die Medien gerne belohnt. Nee, ich mach mal das hier. According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. My entire life, she crammed a fear of danger down my throat. Don't go play with friends. Bantosaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptodons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. I stuck around way too long. Ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Okay, kann ich ein bisschen verstehen. Einschüchtern. Ich hol mir die Belohnung, entweder du gehst zurück oder ich prügel sie aus hier raus. Was willst du dagegen unternehmen? Sie wird weiterhin Leute ausschicken, um nach dir zu suchen. Das wird immer so sein, nicht wahr? Stars, I don't know. My mama's a stubborn woman. She won't quit until I'm dead. You know, that might just work. You go back and tell her you found my body beside the road. All mangled and tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more. Oh, das ist aber ein bisschen krass, würde ich jetzt sagen. Also, oh. Du willst deinen eigenen Tod vertäuschen, damit du nicht mit deiner Mutter reden musst? Es wäre also für dich in Ordnung, wenn sie denkt, du wärst tot? Wird das nicht ihre Gefühle verletzen? Falls wir das durchziehen, brauche ich einen Beweis, dass es deine Leiche war. Aber ich mache erst mal das hier. Es ist dir einfach egal, die Gefühle deiner Mutter zu verletzen, damit sie auf ewig jetzt denkt, du wärst tot und dann macht sie sich vielleicht ihr ganzes Leben lang Vorwürfe. Ich liebe es, sie zu grieven, aber es wird gut für sie, um zu gehen. In der langen Zeitung, du weißt? Was wir das durchziehen? Nein, das würde ich Agnes nie antun. Das ist auch wirklich zu krass. Also, ich glaube, weiß nicht, ob ich das tun könnte. Sie ist eine solch besorgte Mutter und dann... Das ist schon krass. Wollen wir die armen Agnes ihr Leben? Nein, das kann ich nicht machen. Ich bin dann ohne Ideen, Kapitän. Ich werde nicht zurückgehen. Und ich kann nicht über einen besseren Weg, um meine Mutter zu stoppen, zu suchen. Einstüchtern, ich hole mir die Belohnung entweder du... Ja, komm. Überzeugen wäre gut, ne? Nur Feiglinge laufen davon. Du musst dir zeigen, dass du erwachsen geworden bist. Da wir ihn nur überzeugen könnten. Überzeugen 55 brauchen wir. Ich komme erstmal mal wieder. Ich habe keine Zeit für so etwas. Gespräch verlassen. Wie sieht es denn aus charaktermäßig? Inventar, Charakter... Fertig, Korten. Überzeugen, überzeugen, überzeugen. Oh, da fehlt uns noch 5. Wenn wir ein Level abhaben, dann könnte man es machen. Da wäre ich jetzt ja eh wieder dabei. Weil Lügen wäre auch als nächstes dran, ne? Ich glaube, wir kommen später nochmal wieder. Ist, glaube ich, besser. Terminal benutzen. Ne, wir müssen mal gucken. Huxley, bleib von dieser Maschine weg. Ich weiß, dass auf deinem Terminal kein freier Speicher mehr ist. Aber wenn du das hier kaputt machst, sieht es hier echt übel aus. Alle anderen, solange ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr gerne die Aufträge abarbeiten. Zora, Arbeitsaufträge ansehen. Ausstehende Arbeitsaufträge. Dampf kommt aus dem Dach. Eingetragen von Milton R. Beschreibung. Die Rohre auf meinem Haus werden es nicht mehr lange machen. Da kommt jetzt schon Dampf raus. Das sollte jemand reparieren, bevor sie in die Luft fliegen oder sich jemand am Dampf verbrüht. Oh, warte. Technik 55. Fernzugriff. Wasser umleiten. Na, wenn wir Technik das jetzt hätten, wäre das ja cool. Okay. Dann haben wir sprühende Funken an der Bar. Eingetragen von Bronson V. Beschreibung. Anscheinend haben Spreads die Drähte an den Seitenpanels der Bar durchgeknabbert. Das schlagen jetzt die Funken. Das ist nicht gut. Dann haben wir nichts Neues vom Raptor-Haus. Wir haben schon seit einiger Zeit nichts mehr vom Raptor-Haus gehört. Ich habe Milton hingeschickt und von dem habe ich seither auch nichts mehr gehört. Jemand sollte sich das mal ansehen. Hacken. Fernsehgriffe. Funksicherung des Raptor-Hauses zurücksetzen. Arbeitsauftrag wird als abgeschlossen markiert. Das war einfach. Liebes Tagebuch. Eingetragen von Huxley. Erzbeschreibung. Hahaha. Hey Zora. Ich habe herausgefunden, wie man Arbeitsaufträge erstellt. Liebes Tagebuch. Friss das. Wohnung des Arztes. Tür verriegelt. Beschreibung. Die Tür zur Wohnung des Arztes über der Krankenstation klemmt und ist komplett versperrt. Kann jemand das Ding aufmachen? Fernsehgriffe. Türöffnung aktivieren. Notfallfrägelung aufgehoben. Arbeitsauftrag wird als abgeschlossen markiert. Dann bleiben wir jetzt noch zwei über. Da brauchen wir Technik 55 und sprülle Funken müssen wir direkt hingehen. Okitoki. Was ist das? Nix zu looten. Dann würde ich sorgen. Zwischenspeichern und weiter geht's oder wat? Ihr erinnert euch noch an meinen Plan, das Ding hier in einem Ruck durchzuziehen, damit ich nur einen Monat Microsoft Game Pass bezahlen muss für einen Euro. Gerade eben wurde die zweite Abbuchung gemacht. Ich bin aber immer noch unter 15 Euro. Also es war so oder so noch ein guter Deal. Wenn es dann irgendwann mal auf Steam kommt, werde ich es mir da auf jeden Fall nochmal kaufen. Weil die haben es durchaus auch verdient, dass man entsprechend solch ein gutes Spiel dann auch natürlich mit entsprechenden Geldmitteln dann auch unterstützt. Sieht das gerade einer? Wie ducke ich mich nochmal? Ok. Ja, alles gut. Au! Scheiße, hier sind die Kabel. Hier sprühen jetzt Funken. Au! Ich will doch nur da hinten mal... Au! So, 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 so. Okay, ne, hier kommen wir nicht weiter. Was rennt ihr denn da rein, ihr Nasen? Aaaaah! Okay, ich... Ja, ist gut. Na ja, jetzt kommt wieder her. Ihr seid zu bescheuert. Nayaka, Nayako, Niwoka ist gerade hier am Verrecken. Ich habe ein gutes Gefühl mit meiner Truppe. Das wird ganz gut werden. So, hi! Verkaufsautomaten entdeckt, hallo! Da ist Ash. Ash hat einen Namen. Ich bin auch neu. Oh, ich bin neu hier. Klingt ja nicht so gut. Was ist denn deine Geschichte? Erzähl mal. Klingt langweilig. Du sagst, du warst schon auf dem ganzen Mond. Du musst doch ein paar Sachen wissen, die sonst keiner weiß. Nee, du, das muss auch nicht sein. Sonst, ich bin es bezahlen. Wie wäre es mit noch einem Drink? Guck mal. Ne, fangen wir erstmal da an. Was ist denn passiert? Hm, Söldner? Was haben sie so gemacht? Hm, du willst andenken, was denn genau? Auf Fotos, oder? Okay. Was, wenn sie doch am Leben sind? Okay. Kannst du sie nicht selbst finden? Klingt ja nett. In Ordnung. Ein Kästchen kommt sofort. Gespräch verlassen. Ich werde drüber nachdenken. Nee, machen wir. Ah, das ist nett. Dann komme ich da ja auch easy rein. Ja, siehst du, das war doch nett. Hallo. Hat schon mal wieder einen neuen Auftrag gegeben. So, wo sind wir hier? Hier ist schon mal keiner drin. Wichtig ist nur, dass uns keiner sieht. Solange uns keiner sieht. Rezeptliste. Raptidon-Gehirn. Hirne putzen und abkochen. Uuuh. Trocknen lassen. Bevorzugt unter einem Sporenbaum. Würzen mit Zucker. AC. Muss kein Nuss und Paperoni. Ein Keller. Ptero-Blut abkochen und filtern. Hirn über Nacht einlegen. 10 bis 15 Minuten über kleinem Feuer kochen. Da bekomme ich doch direkt Appetit. Okidoki. Händler. Schrott verkaufen. Buff. It's not the best choice. It's spaces choice. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich bin echt nicht zum Dallern gekommen. Ich wollte ja eigentlich Vollgas geben und dann... Tja, dann ist das nichts geworden. Dann war hier so viel los. Mal sehen. Das müsste ich jetzt so klauen können eigentlich. Er guckt nämlich in die andere Richtung. Bom, bom. Die sind alle ein bisschen doof. Da kannst du echt easy klauen. Wer ist das? Einfach nur so ein Revolutionär. Alles klar. Lassen wir mal eben ihn entspannt hier stehen. Er merkt das halt auch nicht, dass ich jetzt hier die Tür geöffnet habe und mir jetzt alles klaue. Sublight-Ausweis-Modul. Ne? Das können wir noch gebrauchen. Oh, und ein Adlerauge-Sturmgewehr. Ne Wurfball-Karte. Energiezellen. Wie sieht es denn gewichtsmäßig aus? Ja, geht noch. Geht noch. War letztens irgendwie... Ich habe es bis jetzt noch nicht beantworten können, aber ich habe gesehen, dass jemand in den Kommentaren gepostet hat. Ich als alter Pen-and-Paper-Spieler, weil es ging mal wieder um die Diskussion, ob Trage-Limits in Spielen sinnig sind oder nicht. Er als alter Pen-and-Paper-Spieler findet das gut, dass es Trage-Mods gibt, weil als Spielleiter kennt er das, dass Spieler dann das zu nahe in jeden Scheiß einzusammeln. Oh oh. Kann ich sogar zum Zeil zustimmen, aber es ist jetzt ein... Ey, ist doch gut, ist doch gut, hör auf! Hunge! Ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Jetzt drehen die alle durch. Leute! Ich will doch nicht... Hallo! Scheiße, wir müssen laden. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Äh, 1958, 2002, ja, nehmen wir mal das da eben. Autospeichern, 2002, annehmen. Das wird jetzt nichts, wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit, äh... Ach, guck mal, ein Glück. Wir gehen gerade hoch, alles gut, es war als wäre es nicht schlimm gewesen, so. Gehen wir nochmal hier hin, klauen wieder das und das und das. Dann gehen wir kurz hier hin. Oh, haben wir Glück gehabt, du, ne? Ich glaube, vom nächsten großen Raub... ...wenn wir doch lieber Zeug einsammeln. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Ja, auf jeden Fall ging es dann halt darum, ähm... Weil ich persönlich bin ja Fan des unendlich großen Inventars, ich sehe da keine Probleme mit. Und das kann ich jetzt wiederum verstehen. Also beim Pen & Paper Spiel könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das da nerven kann. Aber, Hashtag Real Talk, ich bin auch Pen & Paper Spieler. Und das seit, boah, inzwischen bestimmten neun Jahren spielen wir mit einer kleinen Runde. Seit neun Jahren, ey. Und wir haben keine Beschränkung, was das Inventar angeht. Wir spielen Fate. Malmsturm heißt das Rollenspiel, das wir da spielen, um ganz genau zu sein. Und wir haben da keine Beschränkung drin. Bei uns kann jeder unendlich viel quasi tragen. Weil es gibt ja noch ein paar Perks in dem Game, wo man sagen kann, hier, ähm... Du kannst sehr, sehr viel tragen. Bra, 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 blub. Und, ähm, klar, wenn es absurd wird, dann geht es nicht. Aber so jetzt den Standardkram können wir unendlich viel tragen. Und hat uns nicht dazu verleitet, unendlich viel Zeug mitzunehmen. Das hängt wahrscheinlich auch mal einfach ein bisschen mit der Gruppe, von der Gruppe ab, mit der man zusammen rumhängt, ne? So, die Pendlerin. Jetzt gehen wir jetzt mal ein bisschen los. Wir machen mal ein bisschen Aufträge nach Ort und Region. Wir sind auf Monarch und fangen mal einfach gemütlich an. Verhandle mit Carlotta. Was müssen wir denn machen? Die Ikonenklasse soll eine Vorratslieferung von Carlotta, einer Sympathisantin aus Stella Bay, empfangen. Das Treffen ist in einem Lagerhaus in Bayside Terrace geplant. Optional verhandle mit Carlotta um hochleistungsfähige Datenmodule oder zusätzliche Vorräte. Grey möchte zusätzlich zu seinen Bestellungen hochleistungsfähige Datenmodule dazukaufen, während Sora zusätzlich Essen und Arzneimittel lieber wäre. Hole die Druckwalze von Carlotta. Hören wir mal erst mal das jetzt. Hören wir erst mal die Druckwalze. Müssen wir mal vorangehen. Ich muss ein bisschen mehr Zwischenspeichern, wenn ihr gesehen habt. Vor allem, wenn ich so klaue oder so. Gehen wir mal los. Rose! Na, Rose? Auf geht das. It's not the best choice, it's spaces choice. Wo müssen wir hin? Okay, können wir eigentlich einmal so quer hier lang. Das sieht echt nicht unbedingt lecker aus hier. Die armen kleinen Spreads. Nutanmanteau. Mal gucken, ob irgendwo Gegner respawnen. Was haben wir da eigentlich für Waffen? Wir haben einmal einen Sniper, dann einmal so eine und eine kleine Shotgun. Ja, am besten gucke ich mal im Inventar nach. Also Sturmgewehr Ultra, Adlerauge, wow das Sturmgewehr macht 600 Schaden. Alter, okay, ich weiß Bescheid. Ich gehe so ein bisschen auf die doch leichte Sniper Schiene, so ein bisschen zumindest, weil es macht doch Spaß, aber das Ding hier regelt natürlich dann doch ganz schön. Da willst du jetzt nicht unbedingt drin baden gehen, das sieht jetzt echt nicht danach aus. Gehen wir mal vorsichtig hier hoch. Ah, kacke, ich bin in die Lava, in den Spuckelsee ausgewichen. Ich wollte mal eben kurz gucken, wie das mit dem Ausweichen war. So, eben kurz in Deckung gehen. Also ich sehe hier nichts Feindiges, wir können einfach mal weitergehen. Irgendwie da seitlich hoch. Ach, da müssen wir rein. Alles klar. Da standen wir schon mal und uns fehlte ein Schlüssel, wenn ihr euch noch erinnert. Deswegen kamen wir hier nicht durch. Aber nun haben wir den Schlüssel. Ah, man kann hier seitlich lang. Ah, es gibt doch noch einen kleinen Seitenweg. Den habe ich damals nicht gesehen. Wollen wir mal gucken, was uns da gleich erwartet. Ihr könnt jetzt schon mal entscheiden, ob es Ärger geben wird oder ob es eher gemütlich wird. Hallo. Blaufuchs am Start. Ah, da ist Nils. Lagerhaus von Bayside Terrace entdeckt. Nils hat einen Namen, das heißt, der wird jetzt nicht sofort losschießen. Moin Nils. Aha. Nils, Junge. Was ist denn hier los? Nils, Junge. Ich soll jemanden treffen. Das geht es mir an. Äh, warum seid ihr denn hinter ihr her? Oh. Ich musste aber rein. Du, äh, wie wär's denn mit Lügen? Ich bin hier, um gerüchtig über einen übergroßen Mantischwarm nachzugehen. Oh, have all the void damned. I ain't getting Nina alive for a couple of bits. Pack it up, Crew. Wir packen zusammen. Oh, kein Bock hier. Das ist das Scheiße, du. Ich lass mich doch hier nicht auffressen. Okay, ihr Lieben. Ihr habt den Haarenkring gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffen wir jetzt weiter bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Moin. Haut mal schön ab. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin euch.